herzlich willkommen zu dem video mit dem thema verbindung zwischen darm und hautgesundheit ich freue mich wahnsinnig dass du dabei bist und dir die zeit nimmst dieses spannende thema heute einmal mit mir im detail zu beleuchten falls du mich noch nicht kennst ich bin sandra ich bin dr sandra weber und ich bin eigentlich zahnärztin das überrascht die meisten wenn sie auf mich um meine arbeit stoßen denn heute arbeite ich nicht mehr als zahnärztin sondern befasse mich vollständig mit dem thema ganzheitliche darmgesundheit und ernährung aus dem ganz einfachen grund dass ich als junge studentin als junge zahnstudentin selbst sehr viele gesundheitliche probleme hatte ich habe zum einen immer bauchschmerzen gehabt ich war immer müde auch nach 13 stunden schlaf war ich immer noch müde und ich hatte eben starke hautprobleme und damit bin ich natürlich von arzt zu arzt und habe gehofft irgendjemand findet mal was woran das liegt und damit ich all diesen mist loswerde aber leider habe ich immer nur zu hören bekommen dass ich gesund bin dagegen kann man nichts machen und für meine hautbeschwerden soll ich halt cremes und salben und antibiotika und cortison und so weiter nutzen aber das hat alles langfristig nicht funktioniert zumindest bei mir nicht und erst als dann viele zeit später ein arzt sich meine darmgesundheit angesehen hat und festgestellt hat dass ich damals unter einem starken ungleichgewicht der darmbakterien einer bakterien bis biose gelitten habe und ich mich dann dran gemacht habe selbstständig die darmflora wieder aufzubauen meine darmgesundheit wieder auf vordermann zu bekommen meine darmwand zu stabilisieren sind auch meine hautprobleme verschwunden und deswegen liebe ich persönlich aus einem ganz persönlichen grund dieses thema darmhaut verbindung und ich würde sagen wir springen direkt rein und ich freue mich dass du mich begleitest und zwar sehen wir uns einmal an ob darm und haut wirklich zwei getrennte organe sind dann wie der darm unsere haut beeinflusst da werden wir ganz besonders auf das immunsystem eingehen und natürlich auch wie verschiedene haut erkrankungen wie akne neurodermitis schuppenflechte rosazea durch den darm bedingt sind und zum schluss natürlich wie du mithilfe der vier säulen der ganzheitlichen darmgesundheit deine haut und eine haut gesundheit ganzheitlich unterstützen kannst und wenn man sich haut und darm mal genau ansieht dann stellt man eigentlich fest dass es gar keine richtige grenze zwischen unserer äußeren haut und der schleimhaut gibt die unseren gesamten verdauungstrakt auskleidet denn unsere äußere haut die stülpt sich über unsere lippen nach innen ab da nennt man sie nicht mehr haut sondern schleimhaut und die schleimhaut kleidet dann magen darm bis zum after aus und am after geht sie wieder über in unsere äußere haut also eigentlich gibt es gar nicht so eine richtige grenze zwischen haut und schleimhaut und beide haben auch sehr ähnliche funktionen denn sowohl die schleimhaut in unserem verdauungstrakt als auch unsere äußere haut schützen uns vor unserer umwelt und grenzen unseren körper von unserer umwelt ab haut ist eh klar wir wollen ja nicht mit allem eins werden was sie berühren aber auch unsere schleimhaut im verdauungstrakt grenzt das was wir täglich aufnehmen durch die lebensmittel durch die nahrung durch die getränke die wir aufnehmen grenzt uns davon ab man ich sage immer man kann sich den menschen vorstellen wie so ein verdauungsschacht oder wie so ein donut letztendlich ist das was in unserem magen und in unserem darm reinkommt noch nicht körper sondern muss erst die schleimhaut des magens beziehungsweise des darmens überwinden um dann wirklich teil von uns zu werden das heißt die funktion uns vor unserer umwelt zu schützen haben beide sowohl unsere äußere haut als auch unsere schleimhaut natürlich sind beide auch ein bisschen unterschiedlich denn die schleimhaut des darms hat natürlich auch noch die aufgabe nährstoffe aufzunehmen und dem substanzen die im körper anfallen die schädlich für uns sind die giftig sind das was ganz zum ganz normalen stoffwechsel dazugehört sollen ja auch wieder ausgeschieden werden deswegen ist die schleimhaut im vergleich zur haut sehr sehr dünn und in der architektur ein bisschen anders aufgebaut aber dieser hauptfaktor uns zu schützen haben beide gleich und was beide organe haut und schleimhaut auch gleich haben ist dass sie nicht so isoliert sind sondern sie sind eigentlich sehr ja wie soll man sagen wie wie bunte städte denn sowohl auf unserer äußeren haut als auch auf unserer schleimhaut leben unzählig viele mikroorganismen das nennt man auch hautmikrobiom beziehungsweise hautflora oder darm mikrobiom beziehungsweise darmflora ich mag den begriff flora eigentlich ganz gerne auch wenn man ihn heute nicht mehr verwendet heute wäre wissenschaftlich korrekt immer mikrobiom aber ich finde flora bezeichnet sehr sehr schön wie eine gesunde konstellation des mikrobioms auf der haut und auf dem darm aussehen soll nämlich möglichst möglichst arten vielfältig bunt abwechslungsreich so sieht eine gesunde hautflora beziehungsweise darmflora aus und das haben beide gemeinsam und sowohl auf unserer haut als auch in unserem darm kommt es zu problemen wenn sich diese zusammensetzung der mikroorganismen die auf der haut und im darm leben verändert und wenn wir dysbiosen also ungleichgewichte dieser bakterien zusammensetzungen haben werden verschiedene krankheiten verschiedene haut erkrankungen unterstützt aber eben auch verschiedene verdauungsprobleme und verschiedene generelle erkrankungen mit dem darm unterstützt also das mikrobiom beziehungsweise die flora auf der haut als auch auf dem darm spielen eine ganz ganz große und entscheidende rolle für unsere gesundheit und ich finde das unglaublich spannend wie diese mikroskopisch kleinen lebewesen unsere gesundheit sowohl nach außen hin auf unserer haut als auch in unserem gesamten körper und im darm maßgeblich beeinflussen und ein wichtiger faktor wie jetzt der darm dazu beiträgt ob unsere haut gesund ist oder ob es zu verschiedenen erkrankungen kommt wie akne schuppenflecht neurodermitis und rosacea ist über unser immunsystem denn das immunsystem hat sich als hauptzentrale den darm ausgesucht und jetzt könnte man sich fragen ja warum genau hat sich denn jetzt das immunsystem den darm als größte städte ausgesucht das macht doch gar keinen sinn doch das macht sehr sehr viel sinn nämlich wieder genau aus dem grund dass der darm unsere größte kontaktfläche zu unserer umwelt ist also noch größer als unsere äußere haut würde man den darm einmal komplett auslegen und ausbügeln dann wäre die fläche je nach körpergröße ungefähr so groß wie ein tennisplatz und das kann man sich mal vorstellen ein tennisplatz da ist natürlich eine riesenfläche für keime für bakterien für substanzen die nicht unbedingt gesundheitsfördernd sind wo unser körper ganz ganz streng darauf aufpassen muss wer wirklich über die darmwand zutritt zu unserem körper bekommt und wer nicht und damit das richtig gut funktioniert sitzt eben das immunsystem mit seinem hauptzentrum im darm das bedeutet bis zu 80 prozent unserer körpereigenen immunzellen sitzen in der darmwand um genau diese fläche von von einer tennisplatz größe zu überwachen und genau zu prüfen wer darf über die darmschleimhaut aus diesem verdauungsschacht wirklich zutritt zu unserem körper ich sage immer zu unserem heiligen tempel bekommen und wer nicht deswegen sitzt das immunsystem mit den allermeisten zellen im darm und das ist eigentlich super aber durch verschiedene faktoren kann es zu chronischen entzündungen im darm kommen zum beispiel wenn wir uns sehr einseitig ernähren sehr viel fertige lebensmittel industriell verarbeitete lebensmittel mit sehr viel zucker sehr viel zusatzstoffen sehr vielen mengen gluten und konservierungsstoffen essen oder auch durch medikamente die unsere darmschleimhaut reizen die flora verändern oder auch durch chronischen stress ist ein ganz wichtiger punkt kommen wir später noch genauer drauf dadurch kann es sein dass es zu unterschwelligen chronischen entzündungen manchmal dann auch schon stärkeren entzündungen im darm kommt und das führt dazu dass dort sehr sehr viele entzündungs fördernde botenstoffe ausgeschüttet werden einfach um diese defekten stellen möglichst schnell wieder zu reparieren damit die darmschleimhaut möglichst dicht ist und eben wirklich nur dinge die wir in unserem körper haben wollen auch wirklich aufgenommen werden und keime abgehalten werden deswegen ist die entzündungsreaktion sehr sehr stark weil es eben sehr wichtig ist dass unsere darmwand stabil ist und wirklich sehr sehr gut sortiert wer da was dazu tritt zu unserem körper bekommt und wer nicht das problem dabei ist dass diese pro inflammatorischen zytokine so nennt man diese entzündungsfördernden botenstoffe nicht nur lokal im darm bleiben sondern die können die darmwand durchqueren gelangen dadurch in unser blut und über das blut werden sie dann in den gesamten körper gespült auch in unsere haut und dort wenn diese diese flut an entzündungsfördernden botenstoffen in unserer haut dann noch auf weitere komponenten wie zum beispiel genetische komponenten oder ein bakterielles ungleichgewicht der hautflora oder falsche hautpflege und so weiter trifft führt dann diese enorme flut an entzündungs botenstoffen dazu dass es eben zu entzündlichen hauterkrankungen kommt wie die akne die neurodermitis schuppenflechte und rosazea also chronische entzündungen im darm beziehungsweise eine defekte effekt ist ein hartes wort aber eine nicht optimal funktionierende darmschleimhaut und ein ungleichgewicht der darmbakterien unterstützt die entstehung von entzündlichen hauterkrankungen nicht nur die entzündungsbotenstoffe selbst reizen die haut sondern auch wenn wir zu viele von den falschen darmbakterien in uns haben führt das wiederum zu problemen in der haut denn wenn diese bakterien absterben werden bestimmte substanzen von ihnen frei also bakterien bestandteile der zellwand der bakterien können dann auch wieder über den darm ins blut gelangen sogenannte lipopolysaccharide die selbst sehr reizend für unseren organismus wirken und wieder ebenfalls zusätzlich noch die haut reizen können und die entzündung weiter anfangen können das passiert vor allem wenn wir zu viele ecoli bakterien oder auch salmonellen in unserer darmflora haben das heißt wenn die darmflora bzw das darmikrobium nicht sehr arten vielfältig ist sondern eben eine dysbiose ein ungleichgewicht besteht und nur noch wenige einzelne bakterien arten insbesondere eben ecoli oder zum beispiel salmonellen im darm bestehen dann gibt es noch einen weiteren faktor wie das immunsystem zu haut erkrankungen beiträgt beziehungsweise wie der darm über das immunsystem zu auto immunbedingten haut erkrankungen beiträgt denn man weiß zum beispiel dass haut erkrankungen wie die schuppenflechte eine auto immun bedingte komponente haben das bedeutet dass das auto immunsystem dass das immunsystem entschuldigung nicht so gut unterscheiden kann was ist jetzt eigentlich fremd und was ist gehört zu meinem körper was muss ich attackieren und was lasse ich besser in ruhe und bei auto immun erkrankungen passiert folgendes dass eben immunzellen die in unserem körper eigentlich auf uns aufpassen sollten und fremde substanzen eliminieren sollten körpereigene strukturen angreifen weil sie sie mit fremden verwechseln man geht davon aus dass diese irreführung der immunzellen dass sie eben nicht mehr so gut unterscheiden können zwischen fremd und eigenen körperstrukturen dass diese fehlregulierung in zusammenhang mit einer gekippten darm gesundheit steht wenn zum einen eben sehr sehr viele umweltstoffe durch eine nicht optimal funktionierende darmwand in den körper gelangen und hier die immunzellen überfordert sind weil sie einfach so viel zu tun haben um uns da vor diesen dingen die da aus der umwelt aufgenommen werden zu schützen und dann eben auch durcheinander kommen welche strukturen sie angreifen sollen und welche nicht und gerade bei der schuppenflechte weiß man eben dass diese immunkomponente ganz ganz eng mit einem ungleichgewicht der darmbakterien und auch einer gesteigerten durchlässigkeit der darmwand in zusammenhang hängt schauen wir uns mal die einzelnen haut erkrankungen genauer an wie die mit dem darm zusammenhängen und bei der akne ist natürlich so dass da neben der darm gesundheit auch noch andere faktoren eine rolle spielen wie bestimmte bakterien die auf der haut leben aber ich möchte euch jetzt einmal erklären welche komponente welche rolle der darm dabei spielt und zwar weiß man dass bei sehr sehr vielen menschen die unter akne leiden die darmwand eben nicht mehr optimal filtert wer in unseren körper darf und wer nicht das bedeutet die durchlässigkeit der darmwand ist krankhaft erhöht in der leihensprache nennt man das leaky gut in der korrekten wissenschaftlichen sprache würde man eine erhöhte permeabilität beziehungsweise eine permeabilität störung der darmwand beschreiben und diese erhöhte durchlässigkeit der darmwand führt eben genau dazu dass das immunsystem im darm unter allerhöchsten anforderungen arbeiten muss um zu prüfen wer da rein kann und wer nicht es zu einer enormen ausschüttung von entzündungsfördernden botenstoffen kommt die eben über die darm über die darmwand ins blut gelangen von dort in die haut und diese entzündungsfördernden botenstoffe in der haut eben auf faktoren treffen wie zum beispiel verstopfte poren einfache mit esser und daraus dann entzündete schmerzhafte unangenehme unschöne pickel werden das bedeutet diese komponente durchlässiger darm vermehrte entzündungsfördernde botenstoffe führt dann dazu dass in der haut letztendlich aus einem total banalen mit esser ein entzündeter pickel wird das bedeutet wenn man akne ganzheitlich angehen möchte lohnt es sich immer immer auch den darm mit anzusehen und wenn möglich mit ins therapie konzept aufzunehmen man kann da auch von außen natürlich einiges machen denn auch die hautflora ist hier im ungleichgewicht und das kann man dann super über im hautpflegeprodukte die wirklich schonend und mild sind und keine konservierungsstoffe enthalten und so weiter regeln und auch die gesteigerte verhornung der haut spielt dann bei akne eine rolle das kann man gut von außen steuern aber diese überschießende entzündung die dann zu diesen roten entzündeten schmerzhaften pickeln führt die kommt aus dem darm und da muss man eben diese komponente dass man die darmflora wieder aufbaut die darmwand wieder stabilisiert muss man unbedingt mit berücksichtigen bei der neurodermitis ist es ähnlich auch hier spielt ein bakterielles ungleichgewicht auf der haut eine rolle man hat festgestellt dass die artenvielfalt der bakterien auf der haut von neurodermitis patienten stark abgenommen hat und vor allem das bakterium staphylococcus aureus sich breitmacht und in masse vorhanden ist und das bakterium ist eigentlich teil einer ganz normalen gesunden hautflora aber wenn es eben überwuchert sozusagen ist zum ungleichgewicht kommt und die bakterienvielfalt insgesamt abnimmt und dann aber die anzahl der staphylococcus aureus enorm zunimmt ist das ein faktor der neurodermitis unterstützt und gleichzeitig hat man festgestellt dass menschen mit neurodermitis auch ebenfalls im darm ein starkes ungleichgewicht der darm bakterien haben das heißt auch hier hat die artenvielfalt extrem abgenommen neben staphylococcus sind hier jetzt auch insbesondere ecoli bakterien nachweisbar die auch wiederum einfluss auf das immunsystem haben und man weiß dass es bei neurodermitis eben zu einem ungleichgewicht zwischen verschiedenen immunzellen kommt den th1 und th2 zellen und eben da ist auch wieder die annahme dass dieses ungleichgewicht diese fehlregulation des immunsystems eben bedingt ist durch diese bakterielle dysbiose durch dieses bakterielle ungleichgewicht im darm das bedeutet auch hier natürlich von außen wieder die richtige hauptpflege um eine möglichst bunte artenvielfalt auf der haut herzustellen das bedeutet keine konservierungsstoffe keine aromen duftstoffe in der hautpflege die natürlich alle negativ auf die artenvielfalt der haut einwirken aber eben auch und dieser punkt wird meistens übersehen auch die artenvielfalt der darmbakterien wieder aufbauen ganz ganz wichtig damit das immunsystem sozusagen auch von innen die neurodermitis nicht triggert sondern im gegenteil die neurodermitis abklingen kann also auch bei der neurodermitis unbedingt die darm gesundheit mit im auge behalten man weiß zum beispiel auch dass neugeborene die per kaiserschnitt auf die welt kommen und sozusagen nicht die immunimpfung durch die vaginal flora der mutter bekommen eine andere hautflora haben als kinder die eben vaginal auf die welt bekommen auf die welt kommen und daran auch häufig die gefahr an neurodermitis zu erkranken bei kindern die per kaiserschnitt auf die welt kommen höher ist als bei kindern die am marginal auf die welt kommen so als randnotiz und bei der schuppenflechte kommt jetzt noch ein ganz wichtiger punkt hinzu das hatten wir vorher schon mal kurz und zwar die autoimmunreaktion das heißt wir haben auch hier bei der schuppenflechte eine reduktion der artenvielfalt von bakterien im darm also ihr merkt dieses thema wenige bakterien beziehungsweise wenige verschiedene bakterien im darm ist immer problematisch das haben wir bei der schuppenflechte auch und gleichzeitig haben wir auch diesen faktor dass es eben zu einer immun komponente kommt das bedeutet das immunsystem wird fehlgeleitet und immunzellen die uns eigentlich schützen sollten vor fremden substanzen fangen an eigene hautzellen als fremd zu erkennen und zu attackieren auch mit dem hintergedanken uns zu schützen leider sind dass die falschen zellen zellen die zu uns gehören und die nicht vom immunsystem attackiert werden sollten und eben diese fehlregulierung der immunzellen davon geht man aus dass das auch wieder auf einem ungleichgewicht der darmflora basiert und es ebenso zu diesen autoimmunreaktionen kommen kann und man weiß dass bei menschen die unter schuppenflechte unter schuppenflechte leiden insbesondere bakterien fehlen die die schleimhaut schützen dazu zählt zum beispiel das bakterium mit dem wunderschönen namen akkermansia mucinifila werden wir später noch mal darauf eingehen das ist zum beispiel ein bakterium dass man nicht über probiotika aufnehmen kann das heißt man muss hier wirklich ganzheitlich rangehen über die vier säulen der ganzheitlichen darm gesundheit über die wir später auch gleich noch sprechen werden um auch diese schleimhaut schützenden bakterien die unverzichtbar für unsere darm gesundheit sind wirklich mit wieder aufzubauen und zu guter letzt haben wir noch die rosazea auch ein belastendes krankheitsbild wenn man es hat aus wissenschaft wissenschaftlicher sicht ein sehr spannendes krankheitsbild oder eine krankheitsproblem haut problematik denn man weiß noch nicht so genau was wirklich dazu führt dass rosazea ausbricht es gibt verschiedene triggerfaktoren wie stress ganz stark stress uv strahlung aber eben auch verschiedene lebensmittel auf die man reagieren kann und natürlich auch toxine wie alkohol nikotin oder auch kaffee kann eine rosazea unterstützen und was jetzt sehr spannend ist ist dass man bei sehr sehr vielen patienten mit rosazea festgestellt hat dass die gleichzeitig unter einer fehlbesiedlung des dünndarms leiden einer bakteriellen fehlbesiedlung des dünndarms das nennt man auch SIBO denn eigentlich sollten im dünndarm nur 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 sehr wenige bakterien leben und bestimmte bakterien und bei einer SIBO einer dünndarm fehlbesiedlung kommt es dazu dass sehr sehr viele bakterien im dünndarm leben und vor allem die falschen denn eigentlich leben oder sollten die meisten bakterien die in unserem darm leben im dickdarm leben man hat eben festgestellt dass patienten die unter einer rosazea leiden sehr sehr häufig auch eine dünndarm fehlbesiedlung vorliegt also auch hier ist die komponente darm mit drin wie genau das zusammenhängt weiß man noch nicht da muss man sich noch ein bisschen gedulden was die zukunft bringen wird welche wissenschaftliche erkenntnisse da kommen werden aber man kann jetzt schon sagen wenn man unter einer rosazea leidet sollte man sich auch unbedingt um seine darm gesundheit kümmern und im besten fall auch mal zum arzt gehen und eine SIBO untersuchen lassen das können über atemtests machen da kann man den arzt einfach mal ansprechen und die ärztin und sagen ich möchte das gerne untersuchen lassen vielleicht hängen meine hautbeschwerden meine rosazea mit einer bakteriellen fehlbesiedlung des dünndarms zusammen und haben uns angesehen wie diese erkrankungen akne rosazea schuppenflechte neurodermitis mit dem darm zusammenhängen jetzt wollen wir natürlich auch wissen was man selbst tun kann um die darm gesundheit möglichst stabil zu halten die darmflora wieder aufzubauen die damen wand zu stabilisieren und dadurch natürlich auch wieder gesunde schöne haut zu bekommen was mir noch wichtig ist zu sagen die darm gesundheit ist ein teil der haut gesundheit das heißt es kann schon sinnvoll sein auch von außen bestimmte wirkstoffe oder pflegemittel oder durchaus auch mal ärztlich verschriebene salben und ähnliches zu nutzen ich möchte euch nur motivieren egal welchen weg ihr einschlagt um eure hauptbeschwerden loszuwerden unbedingt die darm gesundheit im kopf zu haben und das mit in euer therapie konzept das ihr für euch ausgesucht hat oder dass ihr mit eurem arzt oder ärztin abgesprochen habt mit aufnimmt und das schauen wir uns jetzt einmal genauer an denn darm gesundheit bedeutet nicht einfach nur irgendwie probiotiker einnehmen flohsam schalen einnehmen und heilerde und was weiß ich was man immer so liest sondern es ist ein bisschen mehr das ist unser gesamter lebensstil und ganz besonders ist es unsere ernährung denn in dem fall für haut und darm gleichermaßen lieben bakterien oder fangen wir anders an werden wird die bakterien vielfalt gestört durch zum beispiel stark industriell verarbeitete lebensmittel oder auch bestimmte kosmetiker die substanzen wie konservierungsstoffe farbstoffe in den lebensmittelaromen in der kosmetik meistens duftstoffe enthalten die einfach antibakteriell wirken und die vielfalt der darm bakterien und der haut bakterien reduzieren was wir gesehen haben über beide wege zu probleme führt das heißt man kann von innen auf eine möglichst pflanzen basierte ernährung achten insbesondere auf ballaststoffe denn ballaststoffe sind das hauptfutter für unsere guten darm bakterien wenn wir unsere guten darm bakterien wirklich füttern wollen anzüchten wollen und möchten dass sie richtig aktiv sind und wir viele viele verschiedene gesundheitsfördernde bakterien im darm haben dann müssen wir uns um eine pflanzen basierte ballaststoff reiche ernährung kümmern und für die kosmetik gilt das ähnliche hier ist weniger mehr hier muss man unbedingt darauf achten dass konservierungsstoffe farbstoffe aromen und so weiter auch ätherische öle können die haut übrigens reizen da muss man auch bei naturkosmetik darauf achten dass man hier wirklich milde hautpflege findet und dann je nachdem ob akne neurodermitis schuppenflechte auch die passenden wirkstoffe in der kosmetik enthalten sind aber vor allem eine milde kosmetik also nährstoffe einmal für die haut von außen durch die richtige kosmetik und nährstoffe für unsere darmschleimhaut für unsere darmbakterien über eine pflanzen basierte möglichst naturbelassene ballaststoff reiche ernährung das ist die erste säule der vier säulen der ganzheitlichen darm gesundheit und jetzt ein ganz wichtiger punkt der so oft unter den tisch fällt wie sagt man unter den teppich gekehrt wird das thema stress stress ist nicht nur so ein gefühl dass wir irgendwie in unserem kopf haben und dass man irgendwie aushalten kann oder ja sich dann schon mal wieder entspannt dass es weg geht mein stress hat wirklich unmittelbaren einfluss auf unsere körperliche gesundheit auf unsere mentale geistige gesundheit das ist klar aber auch wirklich auf unsere körperliche gesundheit und insbesondere auf unsere darm gesundheit stress führt dazu dass bestimmte hormone ausgeschüttet werden die die durchlässigkeit der darmwand erhöhen können die die artenvielfalt der darmbakterien reduzieren können und insofern ist das thema stress management den entspannten teil des nervensystems nennt man parasympathikus so häufig wie möglich aktivieren das auch zu üben dass man immer wieder in diesen entspannten modus kommt einem parasympathikus trainieren das ist ein ganz ganz wichtiger punkt in der darm gesundheit der oft unter den teppich gekehrt wird wenn man sich so denkt ja stress stemmen management entspannung das ist dafür habe ich keine zeit ich muss erst dieses projekt und die kinder und der job und die familie und was man alles zu tun hat nein stress management ist elementar wichtig für eine ganzheitliche darm gesundheit und da gilt es unbedingt methoden für sich zu finden wie man zum einen stress reduzieren kann und zum anderen mit dem stress der sich nicht reduzieren lässt es gibt immer bestimmte stress faktoren die kann man nicht einfach beiseite schieben wie man damit besser zurecht kommt das können atemübungen sein das kann yoga sein das kann progressive muskel entspannung sein das kann autogenes training sein kann auch manchmal einfach nur ein spaziergang in der natur oder ein telefonat mit einer person sein es ist egal was hauptsache man kommt so oft wie möglich in den entspannungsmodus und das ist auch wichtig um eine bunte bakterienvielfalt auf der haut aufzubauen und auch eine stabile darmwand aufzubauen also ihr merkt das thema ist mir wichtig bitte bitte kümmert euch um euren stress beziehungsweise etabliert im alltag entspannungsmomente damit euer körper da gut funktionieren kann und am ende natürlich auch die haut gesundheit davon profitieren kann die dritte säule der vier säulen der ganzheitlichen darm gesundheit ist bewegung denn auch durch bewegung wird unsere darm gesundheit unterstützt zum einen weil der lymph abfluss unterstützt wird angeregt wird und das lymphsystem ganz ganz eng um unseren darm verwoben und vernetzt ist das heißt wir können hier den lymph abfluss durch bewegung unterstützen aber auch durch bewegung und den abbau von milchsäure die beim sport anfällt entsteht wieder futter für unsere guten darmbakterien die wir damit anzüchten das heißt bewegung ist na wisst ihr eh für die gesamte gesundheit aber eben auch für die darm gesundheit wichtig und zu guter letzt schlaf denn unsere darm schleimhaut regeneriert am besten wenn wir schlafen generell reparaturvorgänge erholungsvorgänge laufen am besten ab wenn wir entspannt sind und wenn wir schlafen das bedeutet auch schlaf ist ein wichtiger faktor um ganzheitlich die darm gesundheit wieder aufzubauen und das klingt natürlich ja relativ banal gesunde ernährung genügend entspannung genügend bewegung genügend schlaf aber diese faktoren sind wirklich elementar um eine ganzheitliche darm gesundheit aufzubauen und jeder der schon mal versucht hat nur an einem dieser faktoren zu tränen weiß wie anstrengend es sein kann das heißt hier darf man sehr sehr geduldig mit sich selbst sein und ich sage immer nimm dir die säule als erstes vor die dir am leichtesten fällt es muss gar nicht unbedingt die ernährungsumstellung sein es kann auch sein dass man sich erst mal um den schlaf kümmern dass man genügend viel schlaf bekommt in guter qualität bekommt die schlafbedingungen optimiert oder vielleicht auch sich eine kleine bewegungsroutine aufbaut und dann schritt für schritt weitergeht oder sich auch sehr sehr gerne um stress management kümmert und hier wirklich auch den perfektionismus ablegen nicht versuchen von heute auf morgen alle vier säulen perfekt zu machen und umzusetzen das baut nur druck auf und wiederum mehr stress was dann wiederum negativ auf uns wirkt sondern wirklich sich geduldig eine säule rauspicken mit der anfangen die langsam optimieren schritt für schritt zum beispiel die ernährung verändern schritt für schritt mehr ballaststoffe in die ernährung einführen neue kosmetikprodukte ausprobieren die weniger konservierungsstoffe im besten fall keine enthalten und so weiter und dann jede säule nach und nach dazu nehmen und so kann man dann ganzheitlich die darmgesundheit unterstützen und wenn du gerne noch mehr über den zusammenhang zwischen haut und darmgesundheit erfahren möchtest und vor allem wissen möchtest was du konkret für deine haut noch tun kannst habe ich eine überraschung für dich denn ich habe extra für alle für you teilnehmer einen gutscheincode für meinen hautfahrplan eingerichtet der ist bis zum 28 5 noch gültig und in dem hautfahrplan findest du all diese themen noch mal im detail aufgeführte findest anleitungen dafür welche hautpflege bei welchen beschwerden sinnvoll sind also was ist welche wirkstoffe sind bei akne sinnvoll welche bei neurodermitis welche wirkstoffe bei schuppenflechte und welche bei rosazea wie kannst du deine ernährung anpassen worauf musst du ganz explizit achten all das findest du im hautfahrplan und mit dem code for minus 10 bekommst du zehn euro rabatt bis zum 28 5 den hautfahrplan findest du auf der seite page punkt d r minus sandra weber punkt de slash hautfahrplan und wenn du noch fragen an mich hast dann melde dich jederzeit gerne bei mir du findest mich auf instagram unter dr punkt sandra punkt weber oder kannst mir auch sehr sehr gerne eine e mail schreiben an hallo at dr minus sandra weber punkt de und findest auch noch mal alle infos zum hautfahrplan und zu blogbeiträgen auf meiner website www.dr-sandraweber.de schön dass du dabei warst und lade dir sehr sehr gerne den hautfahrplan für dich runter um noch mehr in das thema haut gesundheit ganzheitliche haut und darm gesundheit einzusteigen und ein fahrplan für dich und deine haut gesundheit zu haben ich freue mich wenn wir uns auf instagram oder irgendwo wieder sehen ganz liebe grüße